Für Kitzingens Nachwuchs sollten mehrere qualifizierte Arbeitsplätze geschaffen werden. Eine der ganz großen Herausforderungen in den nächsten Jahren wird der Fachkräftemangel sein, der letztendlich auch auf Kitzingen zukommt. Und dafür muss Kitzingen einfach lebenswert sein oder noch lebenswerter werden. Packen wir es an. Kämpfen wir dafür. Ich wähle Dr. Uwe Pfeifler und die Freien Wähler. Untertitelung des ZDF für funk, 2017